ja dann an der stelle quasi mal willkommen wir schauen mal wie es hier so weiter geht ich glaube wir wir sammeln nebenbei frais sachen irgendwas haben wir schon wir müssen mit ihm reden scheinbar reaktor verbesserung ich weiß gar nicht mehr was wir gemacht haben wirklich ich habe das spiel noch nicht so ganz verstanden was für dich heute zu mir das weiß ich auch noch nicht ich bin froh dass du dich an mich findest okay zeitverschwendung blablabla ich will das gar nicht lesen muss ich euch sagen wir können das eigentlich skippen quest abgeschlossen das klingt gut wir haben stimmt wir haben letztes mal getauscht die diesen level getauscht mit der waffe also warte mal wo war der inventar so verzeihung wir haben genau wir haben irgendeine waffe mit dieser hier getauscht damit die level 21 geworden ist das haben wir gemacht das weiß ich noch und wir verkaufen jetzt keine waffen mehr wir wir verschrotten jetzt immer nur alles wir können mal gucken das war war das eine schrotflinte das sehr gut so eine 26 28 woher haben wir denn sowas 28 27 speergewehr revolver tauschen aus die war noch mal als schrott machen ich bin schon wieder ganz raus ok so eine 28 glaube ich behalten wir vielleicht auch erst mal weil wenn wir doch noch mal wieder diese level übertragen dann ist es glaube ich gar nicht so schlecht wenn wir da noch so was hohes haben und den rest würde ich fast sagen klatschen wir mal komplett weg oder diese könnten wir vielleicht noch behalten damit wir die andere muni noch mal zur not haben was ist denn das strahlengewehr ich weiß gar nicht was es ist habe ich noch nicht benutzt ja gut der rest kann eigentlich jetzt erstmal hier durch weg weg wobei diese hier unten die sieht ein bisschen cool aus pistole die sieht halt einfach optisch ein bisschen cool aus hat so was von wilder westen finde ich so jetzt haben wir diese super legendäre waffe und die ist schon wieder schlechter als dass wir jetzt noch bekommen aber ich kann ja jetzt nicht alle zwei waffen die ich bekomme kann ich ja jetzt nicht wieder diese sachen da herstellen wir brauchen ja ja mit j aus dem steuerung verwerten ja sehr gut genau ich könnte jetzt nicht alle nase lang irgendwie dieses item bauen damit wir dieses level übertragen können das ist ja kacke irgendwie das irgendwie kacke das können wir ja so nicht machen so warte mal mach mal empfohlene sachen wir nehmen die empfohlenen sachen die sind bestimmt gut und wir speichern das auch noch haben wir hier noch was cooles oh gott wir haben auf jeden fall ja wir müssen blitze nehmen das weiß ich auch noch wir nehmen mal das shift ist alles als schrotten markieren ist wahrscheinlich schneller und dann könnte ich zur not noch was wieder end markieren wir können ja vielleicht mal blitze dings war glaube ich nur gut weil wir bunny haben so war das ich würde vielleicht alle fünf stufen unterschieden machen du meinst dass ich so alle fünf stufen vielleicht mal so ein item wieder herstelle und dann das aufwärte das vielleicht gar nicht so dumm ich glaube der kann einfach der ganze kram kann einfach weg so das ist 14 das ist 22 nehmen wir das da was war das 14 das hatte max schild und modifikate ja ich glaube das ok 22 kühlschrank 24 kühlschrank wir tauschen mal den das tut mir sehr leid dass ich hier so mussten muss ich glaube wenn wir hier so einen gelben haben dann würde ich den eigentlich nicht tauschen wenn mit sowas weil also ich meine deshalb jetzt level 10 ist schon echt low ne und der 27 aber gerade so diese blauen sachen glaube ich würde ich gar nicht mehr eintauschen wir machen jetzt mal das einfach nur weil das wirklich so viel höher ist aber sonst ist es glaube ich schon sinnvoller wenn wir diese diese ganzen neben stats mitnehmen oder aber diesen runden ja ich glaube das lohnt sich jetzt hier noch nicht da können wir auch wieder alles kann das sogar anklicken wie gut warum kann ich das nicht warum ist das nicht als schrott markiert set effekt es gibt sogar sets das wusste ich gar nicht das ist auch set deswegen sind die beiden nicht markiert weil das ein set ist und dass sie es wahrscheinlich nicht weil das gelb ist oder ok war der mond hier den ganzen schrott haben wir den auch schon den den haben wir schon und gerade mal hier drüben diese haben wir jetzt auch alle mit ja sehr gut ok dann könnten wir hier noch gucken dass wir diese ganzen roten punkte einmal bekommen das sieht aus wie ein verschimmelter käseschwamm organisches bio gel ok ja die geben im seite boni musst du man auswählen und wenn du sie verwehrt es gibt es auch eine meldung ok ja wir lassen die erstmal solange wir noch platz haben ist das glaube ich nicht so schlimm war doch mal ich will mal ganz kurz gucken was brauchten wir noch mal damit wir stufe übertragen wenn wir diese nehmen wollen und wir wollen zum beispiel hier so eine 28 ja da reinklatschen das war ein präziser phasen wechsler den mussten wir wir haben ja jetzt mehr sachen wir kriegen ja jetzt mehr sachen wenn ich das nämlich nicht verkaufe sondern verwerte präziser phasen wechsel wir konnten das bei ihr herstellen glaube ich ne das hier und 50 glaube 50 können wir übrigen vielleicht können wir das mal kurz machen das dauert eh zehn minuten dann macht er das und wir gucken mal nebenbei was wir machen können dann kommen wir glaube ich ganz gut voran das war nicht die tür das war die tür dann könnten wir mal was haben wir denn sprich mit jeremy im außenposten und ich laufe hier voll behindert ich kenne mich gut aus deswegen ok für den außenposten müssen wir glaube ich einfach so dahin oder ich bin mal ganz kurz an den briefkasten gedrückt halten dann haben wir irgendwas cooles und sieht nicht so aus keine fund sachen ok verzeihung rote punkte magnet spule ok wird sperrzone unfruchtbares land karte naja unfruchtbares land hier muss es irgendwo ist das das hier ich weiß gar nicht mehr wie wir das finden ich glaube das haben wir beim letzten mal schon nicht gefunden wenn ich mich recht entsinne also das hier ist auf jeden fall sperrzone ich weiß nicht was wir da machen müssten damit wir ihr kram kriegen ich suche ich zeige dir ich suche dieses hier aufzeichnung ihrer eltern in der sperrzone von banni von banni hier da steht sperrzone von unfruchtbares land das ist das hier bis zu 20 minuten geschätzte zeit bis zu fünf minuten ja keine ahnung kaserne steht hier irgendwas genaues dabei steht da nicht wenn ihr die aufzeichnung zu ihren eltern oder sperrzone schwache signale kommen von der klippe bei der anlage in den jetzt leistungsstarken störsenders das glaube ich gab es dann leistungsstarker störsender strom jetzt der basis hier das ist das ne also hier klippe dings das wäre sozusagen das so die ungefähre region das nicht auf der karte markiert ja ich wir machen mal ganz kurz wir gehen mal dahin und dann gucken wir mal ob wir das irgendwie finden online mein eis ist geschmolzen es ist match eis mit der gabel ist was geschmolzen das geht auch super ich würde ja gerade den teller ablecken aber das gehört sich nicht also hier irgendwo bei der klippe ist halt die frage wie sieht denn so eine aufzeichnung aus muss ich dafür irgendwas sammeln das hätte voll gut geklappt ich sehe doch dass da da kann man doch durch da ist doch das wir gucken uns das mal an ich wusste dass es irgend so was gab es nur das konnte man nur mit ihrer fähigkeit irgendwie angreifen aber ich weiß nicht mehr was es war also dass sie sie zuhause könnten wir gerade nichts tun ich weiß nicht ob wir diese diese aufgabe hier machen müssen können wir mal mitmachen mal gucken ob das verteidigen leistungsstarken stelle ist auf jeden fall genau das was wir theoretisch brauchen ich weiß halt auch nicht ob wir das einfach nur so oft machen müssen bis das droppt was wir brauchen auch das war der strahl ich wollte eigentlich das machen was der anraner ich glaube es war drei ne zwei was biet dann war es drei ne mit diesem kreis ja drei verzeihung ich sehe hier nicht mal gegner die sind die sind die schon tot bis ich die irgendwie sehe was müssen wir machen 100 prozent beschütze verbündete anlage vor der zerstörung okay ja cool aber wenn hier keine kommen kann ich einfach nichts beschützen oder irgendjemand ist der mission beigetreten also okay für mich würde ich sagen ich musste ja hier ich musste ja hier richtig zielen schon wieder alles verpeilt wie dieses spiel überhaupt funktioniert ich sehe gar keine gegner aber ich merke schon dass ich hier sehr auf den bildschirm starre wenn meine augengrin und meine nase wieder läuft muss gleich mal putzen wahrscheinlich zwölf sekunden haben wir jetzt dieses ding bekommen für diese quest ich weiß halt nicht wo finden wir das haben wir jetzt irgendwie im inventar so ein so ein ding wir haben doch hier irgendwie so haben wir nicht irgendwo wir hatten doch irgendwo diese sachen die man lesen kann ich weiß gar nicht mehr wo das war leichtsinnige was können wir jetzt hier was ist neu verehrte ok irgendwo gab es das doch sieht aber nicht so aus als hätten wir hier sowas finden können oder oder liegt es halt irgendwo rum ich weiß gar nicht wie das aussieht ist ein bisschen ricochett aloha hi schön dass du da bist wie geht's dir wie eine wie ein pda was ist pda ich kenne pda pedal anastasie und das ist diese betäubung die schwangere frauen in die wirbelsäule kriegen wenn sie die geburt nicht aushalten das ist das was ich etwas wolltest du denn lesen sagt einfach riko das mache ich gerne ich wollte lesen für diese quest also für diese quest von barney muss ich irgendwie so eine aufzeichnung ihrer eltern hier hier irgendwo finden huch ja serious das ist genau mein gedanke was halt gar nicht wie das aussieht liegt es irgendwo rum einfach muss ich eine aufgabe dafür machen personal digital assistant okay das macht mehr sinn als pda lanastasie ja okay aber wo finde ich das ist das das ist irgendwo habe ich das schon mal gesehen gehabt dass wir diese 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 wo war denn das irgendwo war das auch so da gab es so ein bereich irgendwie von wegen wo man so sachen lesen konnte ich weiß aber auch gar nicht mehr wo das war der liegt direkt an der klippe recyceling genie das ist es nicht oder zeihung zehnmal geschossen thema daneben das ist richtig gut das heißt das liegt hier irgendwo rechts war denn mal da um sich irgendwas grün leuchten ist es hier oder wann wann hast du denn ein rechts geschrieben ich jetzt links vor dir ich bin ich bin schon wieder zu weit ne oh gott jetzt wäre ich da fast runter gefallen okay wir müssen dieses dings benutzen und darüber ist das hier irgendwo ja hey such direkt auf die pfeffer springen so ich bewege mich jetzt nicht bis du noch mal was schreibst weiter nach da oder nach rechts oder runter bis wieder stein kommt hier vorne hier so geradeaus ist das hier der stein den wir brauchen das da unten ist es das da was da liegt protokoll sieht richtig aus aufzeichnung wurde freigeschaltet und wo kann ich mir die jetzt anderen inventar ja jetzt muss ich das finden wo das ist ne war das hier so nanoröhre das sieht nicht richtig aus eine waffe gelootet noch was neues scheinbar haben wir auch ein wolf gesucht ja wirklich ich also ich habe das letzte mal ja schon gesucht das wurde einfach gar nicht angezeigt wo hat man denn noch mal diese sachen irgendwo habe ich das gesehen ich weiß dass man das irgendwo muss das ja oder ist die quest jetzt schon fertig ich muss das ja lesen noch irgendwo gibt es das doch zum protokoll wahrscheinlich unter protokoll und aufzeichnung ja genau da war das ja 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 Ich bin immer ein Teddy-Bear. Ich will ein Teddy-Bear für mein Geburtstag. Und nicht ein Teddy-Bear, das sieht wie ein Rabbit. Ich will ein Cute Teddy-Bear. Ich wirklich liebte Rabbits als ich ein Kind war. Aber Mama lief sie. Es war wirklich wunderschön. Ich meine, sie mich als Buddy für die Sprache. Enough of that. Diese Rekorde zeigen, dass meine Eltern etwas zu suchen. Hm. Soldaten, die nicht Dessenten sind, haben oft keine Operation in so gefährlichen Zonen. Wir müssen das ganz anhören, oder? Ich weiß nicht, ob Alpha oder Nell mehr über das wissen. Ist das jetzt zu Ende? Mhm. Das sieht aber so aus, als wäre das noch nicht fertig. Da wird auch mal einer drauf kommen, ne? Dass das da liegt. Er hat sich so einen Scheiß ausgedacht. Also ich meine, die sagen, such bei den Klippen und so, ja. Aber ich wusste halt nicht mal, wonach ich überhaupt gucken muss, wie das aussieht. Deswegen hätte ich das, glaube ich... Hätte ich gar nicht drauf geachtet, weil ich nicht mal weiß, was man suchen muss. So. Aber es ist irgendwie immer noch nicht fertig. Warte mal, Karte, Protokoll, wir gucken nochmal. Die Geschichte hätte ich irgendwie beide lesen müssen, oder so. Oh, warte. Das war Nachfahren. Kann ich damit irgendwas machen? Ich kann da jetzt nichts mit machen, ne? Muss ich da mehrere? Jetzt musst du wieder mit Alpha reden. Ich glaube, der Vogel heißt so... Äh, ja, den Typen, den an denen... Es gibt einen, der so heißt. Ja, das stimmt. Ja, es leuchtet jetzt hier auch rosa, ne? Okay, warte mal. Dann gehen wir da mal hin. Ich hoffe sehr, dass das Husten nicht zu laut ist, ne? Es tut mir wirklich leid, dass ich hier so rumhusten muss. Ich hätte es mir anders gewünscht. Aber ja, dieses Rosane hier, das war vorher nicht. Ähm, das heißt, das zählte scheinbar schon dafür, irgendwie. Ich weiß gar nicht, wofür diese Quest gut ist, ehrlich gesagt. Den mag ich. Genau, genau. Ich habe mich in ein paar von den Rekordern und ich habe etwas ungewöhnliches gesehen gesehen. Hast du ja Jeremy eigentlich genauso sehr wie ich? Ja, geht mir genauso. Den kann ich. Der ist so arrogant, der behandelt... Ey, der hasst uns. Ich denke immer, der hasst uns. Gute Besserung. Ja, danke. Er hasst uns wirklich. Ich glaube, er hasst einfach jeden. Er ist richtig selbstgefällig und... Ich mag ihn auch nicht. Okay, jetzt muss ich mit ihr nochmal reden. Was ist das jetzt? Du musst mich nicht flattern, Alpha. Ich werde mein Bestes, um dir helfen, Bunny. Die meisten der Informationen, die wir haben über diese Operation, ist klassifizierte militärische Intelligenz mit restriktiven Access. Auch Alpha und ich können nicht behalten. Aber wieder. Ich will das nicht alles hören. Das ist schon okay. Und was muss ich jetzt machen? Ist die Quest schon fertig? In den Ruinen Vespas. Okay. Ich hoffe, der stirbt bald. Ich weiß gar nicht. Sympathisch ist anders. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob der sterben kann. Hochgelegener Ort in der Nähe der Leerenfragmente in den Ruinen. Dann müssen wir das mal jetzt gucken. Warte mal. Vespa, Leerenfragmente in der Nähe Ruinen. Warte mal. Hier ist Ruinen. Und wo ist Leerenfragment? Zerstörter Tempel. Ist das Leerenfragment? Also hier irgendwo hochgelegen. Kann ich mir einen Marker setzen eigentlich? Andere Schwierigkeiten. Weltkarte, WST, hinein und herauszoomen. Okay, kann ich nicht. Wir reisen mal dahin und wir gucken mal.